Hallo, ihr seht, ein Haus muss geputzt werden und gepflegt. Ja, und es ist ja jetzt unser Haus. Dass wir mindestens noch die nächsten 90 Jahre hier Musik machen können, kreativ sein, viele tolle Musicals auf die Bühne bringen, dazu brauchen wir eure Hilfe. Putzen braucht ihr nicht, aber vielleicht könnt ihr was spenden. Sei ein Teil davon. Sollte